5 Sekunden ist raus, das Schild, und los geht's, ja, und hervorragend, hervorragend, geht's, ja, und dann noch eine Folge, da geht's, ja, und das ist auch ein bisschen, 417, müsste das sein. Stehen auf den Ball. Versuch, die Tür aufzukriegen. Geht immer wieder zu. Stehen sich auch recht nicht da. Das ist ein bisschen großartig. Jetzt hier noch ein bisschen. Das ist das schon ein bisschen aufgefahren. Aber es könnte noch mal spannender zwischen hier Platz 2 und 3. Schill. Gucken wir mal. 461 auf 2. Boah, geriet da jetzt schon mächtig unter Druck. Guck dir das mal an, was der Schill da macht. Schill macht da mächtig Druck jetzt auf Fischer, Thorsten. Der Herr Fischer ist der zweitplatzierte in der Meisterschaft. Auf der Schill der Vierplatzierte. Ich glaube, dass wir da noch mal die Punkte machen. Genau hier haben wir noch mal nach vorne. Hier geht es ja auf die wichtigen Meisterschaftspunkte. Oder sowas. Aber ganz vorne weg. Das ist der vierte in der Meisterschaft. Die 477 von Deppeltorch. Das ist die Kraft. Gahl Hausschild. Hier schön Vorsprung rausgefahren. Von der 461. Vor Michael Fischer. Und vor Sven Schill. Mit der 442. Ja, und Schill hat da ein bisschen abreißen lassen. Konnte jetzt aber wieder ranfahren. Also. Hier gerade aus dem Infield raus Richtung Saugschildurbe. Hat der immer wieder ein bisschen Probe gut gemacht. Ja, und jetzt geht er daneben. Jetzt geht er um den Bein. Dass wir noch ein Yeah-Kgle in Chile. Und wieder mal bei der 462. EB-Signal Und hier Buenos Aires. koń 사람, hier. Und da muss der Infield aufkommen. Und jetzt geht's durch. Die auftunatter Tau aufkommen. Also, hier ist auch ein ... 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 Das ist ein Problem, ne? Befinnishforce, ja, befinnishforce. Das ist die Startlung hier. Ja, da außen, aber auch wieder ein Fuhrfeld. Der kommt hier jetzt links hinter dem Containersprung auf die gerade rauf. Und das müsste der Laufsieg für ihn jetzt sein, oder? So ist es. Laufsieg für die 477. Pascal Hausch ist hier ganz souverän den Laufsieg eingefahren. Ja, und wer geht auf P2 hier? Das ist unser orangener Polo. Das müsste die 442 sein. Hier Sven Schild, der manchmal auch mal richtig ran gekommen war. Und das jetzt aber auch locker gesehen hat. Und hier das Ding sicher ins Ziel gebracht hat. Ja, und auf dem dritten Platz haben wir die Startnummero 460. Jan-Peter Jakob. Die Lärm machen hier für unseren Laufsieger. Von dem Devil Toil für Pascal. Das ist die Stimme. Dasintalo 560. Wenn ihr immer im Bereich von P2, dann nehmen wir die Stimme hoch. Und am Tag der Böckchen. Und am Tag der Böckchen. Ich in diese Stimme hochzufassen kann. So sind das ein Jahr THEM, Und am Tag der Böckchen. Und am Tag der Böckchen hat er die Stimme gelé. Vielen Dank.